Ja, wir stehen im Cora, da waren wir noch nie, dreieinhalb, dreieinhalb Jahr, alle zusammen nicht. Und wir wollen euch mal ein kleines Update geben. Genau, wir sind hier gerade vor dem Orange Shop, weil wir gerne unseren Überhandelsvertrag ändern wollten, weil er ja das Festnetz und Internet für ein Zuhause auf seinem Vertrag hat. Ich glaube, unsere Zuschauer wissen noch gar nicht, was los ist. Genau, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil die, die uns bei Instagram und Facebook folgen, sie wissen es schon, wir ziehen um, wir haben unser Haus in, ja, unser bisheriges Haus gekündigt und machen uns jetzt auch nach ihr Land. Richtig. Zwar nicht für immer, sondern erstmal für ein halbes oder ein ganzes Jahr, aber jedenfalls sieht es uns zu neu gefallen und deswegen wollten wir jetzt gerne unseren Festnetzvertrag kündigen. Aber das ist nicht so einfach, da muss ich nochmal zu Hause für Post ran. Und ja, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen Wochenendeinkauf machen und dann geht es zu Hause weiter mit ein paar Kartons, die wir packen wollen, dieses Wochenendeinkauf. Genau, und unser Ziel ist jetzt auf Instagram und YouTube ab und zu, euch jetzt zu begleiten. Nein, euch die Möglichkeit zu geben, uns zu begleiten. Genau, wenn ihr das wollt. Genau, wir nehmen euch mit. Erstmal am 29. brechen wir auf nach Paris. Da schauen wir uns nochmal die Stadt an, das wird die Hauptstadt des Landes, die wir jetzt reinhalb Jahre gewohnt haben, auch nochmal sehen, bevor wir gehen. Und dann geht es am 30. weiter zur Fähre. Und am 31. wollen wir dann in Irland landen. Genau, wir kommen erstmal dort bei einer Gastfamilie unter und suchen uns dann vor Ort was. Also es ist ganz spannend, wir haben noch quasi keinen Daueraufenthalt, sondern erstmal nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Also es ist sehr, sehr spannend. Wir nehmen euch mit. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss.